So viel Fantasie braucht man nicht, um das zu wissen, was das heißen soll. Ein gewisser Herr möchte dann hier in Straßen überall lang spazieren und die hässlichen Worte überpinseln, denn seine Tochter soll ja auch gewisse Wörter nicht hören. Ich sehe, was ich höre was und ich spreche es nach, ganz einfach. Aber der Mensch ist so, dass er selber seinen eigenen Fehler nicht überdenkt. Er hat keine Fehler. Ja, gut, das wollen wir so stehen lassen. Und mal gucken, dass ich jetzt hoffentlich keine Frankenleise raufgenommen habe, sondern nur für mich reinhänge. Ich bin gequatscht haben, über das Bild sofort. Was wir gestern gesagt haben, mit Sch, aber dieses Wort mit F, das findet sich ein Auswand. Ich möchte ja auch vorbeigehen und dann überpinseln lassen. Und dann seid ihr drauf, dass ihr das ganze Ding auch nicht lesen könnt. Später wird es erfahren, was das heißt. vulkäre Wörter gibt es überall. Man soll sie nicht aussprechen. Was kommt vor? Und wenn man sich davon beeindruckt, ist es bitte sehr, sehr schön. Und das ist... All das war. Was, was ich denn? Ich bin Ski für und Nö. Ich bin Ski für dieses Geschenkerts. ich bin. Ich bin ein oder sie? Schomme.